Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Wir machen heute ein paar Fights, wie jedes Mal eigentlich. Und ja, mal schauen, wie es so läuft. Wir setzen zuerst mal den Magier und die Lakaienhorde hinterher. Oh, er setzt die Hexe. Nein, er hat die Pfeile. Ein ganzer Pusch. Ist ein Eimer. Jetzt setze ich lieber die Hexe. Also, mal sehen. Ja, die Willkürung müsste die Hexe locker down machen. Ja. Hm, mal sehen. Dann setze ich mal das. So, die Kurbelte machen down. Und den Turm. Mal sehen. Dann setzen wir mal. Und ich mach mal noch den Ton ein wenig lauter. Ich hab da vergessen, ihn anzuschalten. Mal sehen. Der Magier. Ja. Der macht down. Dann setzen wir mal noch den Elixiersammler. Und ja, mal sehen. Oh, er setzt schon wieder die Hexe. Dann setzen wir mal die Walküre. So. Oh, macht die Walküre noch beides da? Ja, mindestens die Hexe. Gut, gut, gut. Cool. Cool. So, mal sehen. Dann setzen wir noch keinen Horde. Und... ... ... ... ... ... ... ... mit Sepp. Na, der Sepp war nicht so gut. Der greift mal auf der anderen Seite an. Mal sehen, ob der... ... der hat ein übelstes Anti-Dack. dann machen wir mal noch einen Push so irgendwie muss ich abwählen wenn er jetzt die Pfeile hat ja er hat die da oben eingesetzt dann greifen wir mit dem Push an nochmal und der Push musst du den Turm eigentlich direkt down machen so müssen wir auch abwehren das noch nie vergessen Abwehren ist sehr wichtig so ich würde noch einen Turm down gemacht so so Kronenkaro dann greifen wir lieber auf der anderen Seite an so dann machen wir hier mal den Sepp und wir kommen mal auf der anderen Seite an das war ein guter Fight noch 43 Sekunden oh ein Goldschiff wir bräuchten noch mal drei Kronen oder zwei geht auch dann hätten wir die Kronenschruhe die könnten wir dann auch gerade öffnen um Und dann kommt er noch ein... Hmm, er hat nicht viel Damage gemacht. Und dann ist er so bald kürzen, dann die da hinten. Oh, er macht einen großen Push. Hup! Och neiiin! Der ist dann, macht sehr viel Damage noch. Neeeein! Er kommt schon daun! nein mal sehen der prinz kommt wahrscheinlich auch nicht durch wie erwartet er hat er steht nicht jetzt haben laufen auf level 1 ich müsste mal steuerball oder so was ja ich mache dann gerade teil 2 von dem video und dann sehen wir uns gleich